Sie hören Göttermagie, die Steine der Götter vier, geschrieben von Julian Kappler, gelesen von Max Hoffmann, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Kapitel 1 Jahr des Kaisers 987, zwölfter Tag im elften Mondzyklus, ewiges Eis. Dicke Schneeflocken wirbelten durch die Luft, während der kalte Nordwind unbarmherzig an Geros schwerem Fellmantel zerrte. Der junge Krieger seufzte tief und trat langsam vom Eingang der Eishöhle in deren Inneres. Dort hatten sich seine treuen Gefährten Esme, Derio, Irina, Furlax, Leondra, Valentin und Turak versammelt und warteten bereits auf ihn. Gero und seine Mitstreiter waren letztlich der Macht des geheimnisvollen Magiers der Grauen unterlegen gewesen. Der Stein der Istaria, der eisige Fels, war nun in den Händen des ominösen Rates der Grauen, dessen Ziele im Dunkeln lagen. Jetzt galt es also zu entscheiden, wie die Gefährten mit dieser bitteren Niederlage umgehen wollten. Eine unbestimmte Anspannung waberte durch die eisige Luft in der Höhle. Sogar die im wahrsten Sinne des Wortes dickfälligen Pferde wirrten unruhig. Einer der Gäule scharrte schon seit einiger Zeit rastlos mit den Hufen und schnaubte nervös. Der Istaria-Priesterbruder Furlax hielt schließlich einen ziemlich mitgenommen wirkenden Briefumschlag in die Höhe. Dieser Umschlag war mit dem Wachssiegel der Istaria-Kirche verschlossen, dem Kopf einer Eisbärin. Unsere Auftraggeber waren in der Tat sehr weitsichtig und haben sogar für diesen unglücklichen Fall Anweisungen hinterlegt. Es herrschte kurz eine seltsame Stille in der Eishöhle. Esme kräuselte grüblerisch die Stirn und Valentin zog die Kapuze seines Fellmantels noch etwas enger. Der weise Magier Derio starrte auf den Umschlag und strich sich nachdenklich durch den langen, braunen Bart. Schließlich brach Furlax das Siegel und begann mit versteinerter Miene und zusammengepressten Lippen zu lesen. Als Bruder Furlax endlich fertig war, verstaute der Priester den Brief wieder in seinem Beutel und ließ seinen Blick gedankenvoll über die Runde der Gefährten schweifen. Am längsten verweilten seine Augen auf Gero, der sich daraufhin irritiert am Kinn kratzte. Schließlich beendete Bruder Furlax die Stille. Zunächst sollen wir schnellstmöglich zurückkehren. Am ersten kaiserlichen Grenzposten informieren wir meine Kirche mittels Brieftaube nach Burburg. Im Übrigen sollen wir stillschweigen über den Misserfolg bewachen. Eine Sache. Geros Rückkehr nach Burburg ist Priorität. So unser Auftraggeber wörtlich. Er war es ja gewohnt, dass Derio seltsame gehobene Ausdrücke benutzte. Aber warum verflucht fing Furlax jetzt auch damit an? Offenbar hatte der Priester Geros Irritation gespürt. Priorität bedeutet in diesem Fall ganz konkret, dass wir alle im Zweifel unser Leben für Gero opfern sollen. Gero schluckte. Die Situation war ihm sehr unangenehm. Warum? Bruder Furlax zuckte mit den Schultern. Unsere Auftraggeber verfolgen die Devise, dass wir nur das Nötigste wissen müssen. Darüber steht folglich leider nichts im Brief. Darf ich spekulieren? Derio strich sich mit einer gewichtigen Geste durch den Bad. Du, Gero, bist der Schmied aus den alten Prophezeiungen. Ich vermute, man braucht dich in Burburg, um etwas zu schmieden. Genug geredet, unterbrach Leondra Derios Ausführungen. Wir sollten endlich Richtung Süden aufbrechen. Unsere Pferde haben lange genug geruht. Die Aussicht, endlich Richtung Süden, in wärmere Regionen zu reisen, versetzte Gero und seine Gefährten in eine emsige Aufbruchsstimmung. Jahr des Kaisers 987. 17. Tag im 11. Mondzyklus. Königreich Nowayten. Alanda war froh über die unerwartete Unterbrechung der Arbeiten an der Wallanlage. Nachdem in den letzten Wochen der Graben und der Erdwall fertiggestellt worden waren, hatte sie die letzten Tage verstärkt den Handwerkern beim Bau der Palisaden geholfen. Jetzt schien allerdings ein besonderes Ereignis bevorzustehen. Alanda und gut 500 weitere Rekruten standen bereits seit einer guten halben Stunde an der Reichsstraße Richtung Süden Spalier. Und zwar in voller Bewaffnung. Bereits zum zweiten Mal inspizierte ein Unteroffizier mit hochrotem Kopf, ob auch wirklich jeder seine Schuhe wie befohlen poliert hatte. Da die Bauerstochter Alanda sich in dieser Beziehung nichts vorzuwerfen hatte, hielt sie ihren Blick stoisch gerade ausgerichtet. Ihr gegenüber stand der breitschuldrige Rekrut namens Janik. Dieser hatte seine Stiefel offenbar weniger gründlich geputzt, denn sein linkes Augenlid zogte nervös. Worauf genau oder wie lange sie warten mussten, hatte man den Rekruten nicht verraten. Aber vermutlich, hoffentlich, lag es nicht in der Absicht der Offiziere, die Soldaten im kalten Nordwind erfrieren zu lassen. Der Kommandant der Nordarmee und seine Reiter, brüllte eine Stimme im Süden und riss Alanda damit aus ihren Gedanken. »Der König kommt! Lang lebe der König von Nowayten!« jubelten dutzende Soldaten begeistert. Als der König und seine Reiterei endlich an den Spalier stehenden Rekruten vorbeiritten, kannte die Begeisterung kein Halten mehr. Zwar wagte es niemand, seine Position zu verlassen, aber still wie ein Rekruten, Auch Alanda reckte neugierig ihren Hals, um den charismatischen Herrscher besser sehen zu können. König Thorwin von Nowayten war vielleicht ein paar Jahre älter als ihr Vater, aber von kräftiger und stolzer Statur. Die Gesichtszüge des Königs zeugten ebenso von Güte und Weisheit wie von Entschlossenheit und Stärke. Das dunkelblonde, schulterlange Haupthaar wehte verwegen im Wind, nur im modischen, kurzen Batis-Kommandanten der Nordarmee zeigten sich erste graue Strähnen. Der schwarze Hengst des Königs war einem Herrscher und Feldherrn angemessen. Bis auf eine edle, weiße Blässe war das Tier pechschwarz. Auch der Hengst schaffte es, genau wie sein Reiter, eine Aura von Tapferkeit, Stärke und Stolz zu verbreiten. Wäre Alanda im Alter ihrer Mutter gewesen, hätte sie sich sicherlich auf der Stelle in den attraktiven König verliebt. Aber natürlich blieb Gero ihr Schwarm und die Nummer Eins in ihrem Herzen. Bevor Alandas Gedanken zu Gero abschweifen konnten, stoppte König Thorwin nur wenige Dutzend Schritt von ihr entfernt zu einem Hengst. Ein Trompeter gab ein Signal. Dann herrschte für kurze Zeit ein fast schon gespenstisches Schweigen. Männer, Frauen, der halbgöttliche Kaiser hat mich auf eine Mission geschickt. Die Stimme des Königs von Nowayten war hart wie Stahl und sanft wie Seide zugleich. Aber er hat ebenso jeden Einzelnen von euch auf dieselbe Mission geschickt. Es gilt, ein Bollwerk gegen das pure Böse zu errichten, es zurückzuschlagen. Die Rekruten jubelten dem Anführer der kaiserlichen Nordarmee begeistert zu. Auch Alandas Gefühle schwammen auf der allgemeinen Welle der Euphorie. »Ich will ehrlich zu euch sein«, verkündete der stolze Feldherr der Nordarmee, »das Böse ist stark, sehr stark. Aber wir gemeinsam sind noch stärker. In diesem Moment sind zwei Expeditionen mit den letzten beiden Steinen der Götter auf dem Weg nach Bauburg. Dort soll der legendäre Krummsäbel von Bernhelm Ehrwald neu geschmiedet werden.« Der König ließ seine Worte zunächst wirken. Ein ehrfürchtiges Schweigen herrschte. Alanda hielt sogar voller gespannte Erwartungen die Luft an. »Alles, was Gero Grünfels, Esme von Lendaya und unsere anderen Helden brauchen, ist ein wenig Zeit. Verscharfen wir ihn dieser Zeit.« Das Charisma des Königs war gewaltig. Erneut brandete ein Sturm der Begeisterung durch die Menge der Soldaten. Jeder Einzelne war jetzt bereit, sein Leben für ihren Anführer und den halbgöttlichen Kaiser zu lassen. »Aber lasst euch nicht durch das Gerede eines alten Mannes von der Arbeit abhalten. Jeder Einzelne hier leistet einen Beitrag von immenser Wichtigkeit. Aber auch der Feind schläft nicht. Männer, Frauen, weitermachen.« Dennoch verfehlte die kurze Ansprache die gewünschte Wirkung nicht. Alanda ging, genau wie alle anderen, hochmotiviert zurück an die Arbeit, um die verlorene Zeit wieder einzuholen. Irgendwer hatte Alanda und der Soldatin neben ihr ein Stück Holzpalisade gereicht, und die beiden jungen Frauen schleppten es dorthin, wo es benötigt wurde. Ihr Ziel war eine Gruppe von Handwerkern, die emsig daran arbeiteten, einen kleinen, hölzernen Wachturm zu errichten. Während sie mit dem schweren Holzstück auf der Schulter durch den Schnee stapfte, pfiff Alanda Gedanken versunken ein Lied, welches sie schon seit ihrer frühesten Kindheit kannte. Das Lied hieß »Die tapfere Soldatin«. Die Melodie war fröhlich und unbeschwert und hatte ihr schon als Kind gute Laune gemacht. Die eigentliche Bedeutung des Textes hatte Alanda erst viel später, vor wenigen Jahren, richtig erfasst. Wenn die ruhmreiche Soldatin sich in der letzten Strophe glücklich auf warme Erinnerung... ... ... ... ...